So, da wird jetzt ja Koffee gemacht. Ja schön, wir sind hier Bering abgeliebt, nicht teuer hier irgendwas. Autsch. Zuckerblät. Ich habe einen sehr hohen Tags, dann wird hier keiner leben wollen. Zwei Motivation Cards, wo kommen die denn her? I will take it, nehmen wir es für euch. So, Stone brauchen wir und Geld. Wir wissen hier gerade sehr viel wert. Äh, Stone. Große Obercenter. Bede bede bede. Wir auch. Da war auch noch keiner von Glasfolks. Ne, wir haben nur Glasmacher. Nur Glasmacher. Tourismus geht schon wieder runter. Oh, wahrscheinlich mehr. Okay, ach jetzt läuft schon wieder auf eins. Lecker, lecker Koffee. Oder wirklich mehr. Mehr. Da sollten wir hochgehen. Vielleicht hat er auch einfach noch einen Tailor. Einfach noch zwei weitere Tailor. Dann bin ich wohl verrutscht. Ups. Cotton. Binary müssen wir auch noch machen. Oh, weil wir da die noch nicht von geabgrenzt haben. Und auch nicht. Gut. Wir müssen aufpassen, ne? Ja, dass ich ja... Wenigstens noch Plus mache. Ach. So was. Wer braucht denn so einen Mist? Oh, rein da. Äh. Okay. Auch natürlich wieder viel Upkeep. Kerzen sind okay. Honeymeat ist halt schon oft weg. Äh. Wir haben auch glaube ich nicht so viel Honeyproduktion. Ja. Wir müssen mal mehr Beekeeper für machen. Eher. Oh, Leo wird das Lager hier weg machen. Bin ich ehrlich. Ärgerlich. Also viel Kaffee. Also Coffee Roaster werden wir auch ein paar mehr machen. Coffee Roaster. Fährt einfach, ne? ja so ein viereck weil warum nicht damit sich der rico halt nicht so ganz aufregt erstmal erstmal überlegen wie war das kabel hängt an der decke fest wie wir unser einkommen ein bisschen höher kriegen könnten luxurie 3200 ja auf jeden fall mehr machen das wäre eine sache der hat für bier da wäre hier unten ist doch hier ist reichlich eigentlich Bierbräverie naja kein stein das meckert hier mal nicht so rum oh prio drauf das bier überall zur verfügung steht ist natürlich sehr wichtig äh wieviel das macht wieviel macht 3 prozent inkommen 5 houses ok ja gut hier hinten ist relativ gemaxed was das angeht natürlich erstmal wieder ein bisschen wieso sind jemand davon so wenig wenn nicht dass die leer sind das wäre echt ungünstig das wäre richtig ungünstig ja ja so nö geht doch da sind noch zwei leute drin deswegen ich will mich erstmal anders entsetzen ok wieviel ist noch drin 5.000 oh kein platz wir müssen auf jeden fall wieder ein tavernenfähig machen ein tavernenfähig machen ein tavernenfähig dann können wir hier auch noch weitermachen hoppala so es ist ein bisschen schwer zu sehen manchmal beim bauen aber dafür sieht es halt besser aus das spiel ich glaube wir müssen das eher hier hinsetzen tatsächlich ne hier hin mal ne hier hin schön mittig halt mal guck mal da guck mal da ist immer noch direkt n market guck mal da und einfach nur eine librarie recht und großteil ist okay bia verbraucht sich halt echt wir unsere iron tools auch das ist natürlich nicht gut das ist natürlich ärgerlich wo sind sie denn da da ja mal ein paar bücher reinsetzen mehr als genug unsere bakeries kommen nicht so wirklich hinterher das ist natürlich uncool der karte mal weg machen brauchen wir jetzt nicht geschehen steigt alles langsam natürlich ahead of the curve bleiben also äh 108 i take it 110 i take it auszupfer ist natürlich ärgerlich kanari kommt ja auch rein klingt auch schon mal besser ok ich muss gerade überlegen was wir denn überhaupt brauchen das ist ein baker wäre schlecht gewesen ja wir haben ja luxusgüter halt einfach hier steigt die da unten produziert auch reichlich unsere kohle geht halt übel zu flöten na gut dann wird es wohl mal langsam Zeit dann wird es langsam Zeit dann wird es langsam Zeit nicht meins? jetzt ist es meins ja so ist ok aus zu fahren das ist allerdings eine frechheit dass er sowas behauptet das ist nämlich voll gelügert äh planting ja auch ein unterschied not any not any omega died from sickness ärgerlich ok kriegt man hier keine bücher mehr oder habe ich gerade erst bekommen ich weiß es nicht pappermaker? wo war der denn? war der oben irgendwo ne? ja dorten weiß ich einfach ok wer bräuchte ein 425 7500 ne minus und ja komm nein jetzt habe ich es ja gekauft ja manno ach gott 24 und hei hey oh ich sehe es für noch ein roten aus Oh, dort sind mehr 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 mehr. Vielleicht nicht hier, als ob er der Beekeeper ist. 236%, ich glaube, das kann er vertragen. Ja, der soll nämlich White Cards machen, der Boy. Ja, freche Herr. Ah, dann fertig gesetzt. Ich weiß ja nicht, warum das Glas da nicht ankommt, aber... Ach, die haben wir einen Fisch gemacht. Äh, ja. Das ist eine Frage der Wissenschaft. Wieso die das Glas nicht schon mal mit reinbringen ist halt... Verstehe ich nicht. Das ist einfach mysteriös. Äh... Wo wollte ich das reinballern? Also an euch ist natürlich immer eine gute Idee. Und was wollte ich hier noch rein tun? Das fällt mir grad nicht ein. Ja gut. Kann's doch nicht wichtig gewesen sein. Inakzessible... Das gelogen. Das ist auch gelogen. Das ist natürlich auch schon, dass ich irgendwo eine Schule reinsetze, aber... Ich meine, so eine komische Größe ist halt echt ätzend. Sind ein Feld zu groß für... Was da noch ein Haus hinpasst. Aber ich glaube, da könntest du noch eine Bank reinsetzen. Das ist ein Theater hier in der Nähe. Theater vielleicht auch! Vielleicht gar keine schlechte Idee. Jetzt gehen wir halt langsam so die ganzen Sachen aus zum Forschen. wie sieht denn das so oben aus ist ja das ist fertig ok wartet einfach so viel auf die eine produktion von 60 auch wenn wir 10 felder auch so wie es aussieht setzt sich ja alles einrichten so ist ja nicht hier oben haben wir ja auch noch platz wir vergessen shift gedrückt sein gerade so aufgegangen medizinal herbst mit zimmer ja müssen sie stressen nicht ausgehen ok bing bing bap 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 dann sollte unsere food curve wieder ein stück nach oben gehen 99 city attraktivness ist nicht so hoch das ist ärgerlich habe ich da den bonus nicht genommen habe ich da den science bonus genommen ja tatsächlich das ist ja nicht schlecht hier können wir noch ein paar hier preferys machen war schön auf muschrump hier umscheiden ja jetzt wird es langsam eng ne normalerweise bin ich ehrlich ja ich achte schon auf meine produktion von den kursusgütern auch aber orange stufe wenn zum beispiel heißt oh na worauf ich hinaus ja normalerweise ist es halt ja ich hau hier halt viele hin und dann passt das ein bisschen na dann ist es halt ok aber bei bier und potteries muss man aufpassen wenn man die karten dafür benutzt da muss man dann aufpassen so naja da hat warum es eine sickness äh ich glaube so ein trade ding wäre noch mal nicht schlecht ein zweites das auto trade äh coton das ist der verbrauch äh machen wir target inventory 1000 weiß ich nicht genau was lauer abgibt bei 50% halt das auto trade button ok cool so hab ich noch eine trading round oder war ron echt der einzige der so ein trading port hat ne etwas auch 15.000 oh heirate einfach meine kinder city attractiveness können wir noch hoch ballern mit hier national pride ist ja nicht das problem so wie sieht das hier mit dem kaffee aus ok einfach nicht allzu schlecht das können wir auch noch in einer maschenform hinsetzen ab das jetzt ja jetzt kommt das glas in ordnung warte wo wars ok und es wird mir jetzt echt leid holy shit es ist bestimmt laut gewesen sein ich weiß doch seitdem ich vom covid wieder gesund bin habe ich ja diesen verdammten husten das bedeutet meist eigentlich nichts gutes in den meisten fällen könnte das nämlich heißen dass das das ist das ist sehr unlucky vor allem weil sowohl ich als auch lennart noch die ganze rumhusten sind in der theorie soll sollten wir jetzt zumindest eine weile lang antikörper haben also weiß nicht ob lennart krowelt hatte aber es klang zumindest sehr danach es hat ihn halt einfach nur nicht interessiert ist nicht gerade sehr verantwortungsbewusst wo im i to judge wenn er meint das muss ihn nicht interessieren weil er schon hatte also ich nehme das nicht auf die leichte schlitter zumindest nicht zu sehr auf die leichte schlitter ich trage eine maske wo ich eine maske tragen soll geimpft bin ich nicht das gebe ich zu da könnte man sagen ja das kannst du doch auch mal machen und die sache ist halt mag keine spritzen das klingt so blöd aber hasse spritzen das kann ich halt wirklich absolut nicht ab habe ich jetzt den anderen habe ich den zweiten noch nicht hingesetzt doch habe ich da steht auch schon meine eine ganze person arbeitet gar keine ich bin schon wieder so viele städten ja das kann ich tatsächlich bald